einen wunderschönen guten morgen ich hoffe euch geht's gut ja der samstag hat nun begonnen für mich auch offiziell und ich begrüße euch zum heutigen tages orakel und würde mich auch freuen wenn ihr nachher um 10 uhr ihr habt natürlich dafür gestern abgestimmt auf instagram und es waren tatsächlich 83 prozent die für ja gestimmt haben ihr habt euch dafür entschieden ein shopping stream zu machen das heißt wir werden um 10 uhr sehr sehr viele produkte aus dem spiritual shop vorstellen du hast auch live die chance zu fragen oder dich beraten zu lassen welcher stein passt denn zu dir zu deiner thematik gerade welcher stein steht für was und dann werden wir uns überlegen natürlich lasse ich mir noch was schönes für euch einfallen dass sich der stream für euch auch lohnt ja mit ein paar kleinen überraschungen ihr kennt mich ja ja da könnt ihr auf jeden fall vorbeischauen um 10 uhr live hier auf youtube timos lichtblick jetzt genug geredet schauen wir einmal hinein was der tag heute bringen mag wir beginnen mit finanzen und beruf da haben wir zum einen von höherer warte und zum anderen sei dienstfertig und das ist jetzt natürlich sehr sehr prägnant du kriegst gleich mitgeteilt dass du dienstfertig sein sollst sei bereit nun dafür da zu sein und auch dafür einzustehen ja was dich heute erwartet das heißt du wirst heute erkennen können welche höhere macht etwas noch mit dir vor hat deine engel werden dir daher sehr sehr viele impulse geben wo du auf der erde jetzt noch heilen sollst gerade heute ist ein schöner heilungstag beruflich gesehen wirst du also sehr in deine berufung kommen können heute du wirst heute sehr zu dir selbst finden und somit auch wirklich bereit sein für das was dein plan hier auf dieser erde ist finanziell gesehen von höherer warte zeigt auf dass du dir heute auf jeden fall was gönnen solltest nur für dich und dass du hier ja mit dem dienstfertig auch an erkennst dass jeder so sein lohn verdient das heißt gönne auch anderen menschen ihren erfolg das kommt alles auf dich wieder zurück ja heute wirst du online shoppen das ist ganz klar du wirst aber auch online heute nachrichten empfangen die dir mehr geld einbringen werden also sei heute sehr sehr darauf gefasst dass in der kommunikation heute eine finanz thematik aufkommen wird die aber für dich geführt ist hier haben wir auch noch mal den engel dabei liegen der aufzeigt dass die vergangenheit jetzt passé ist diese existenzängste brauchen nicht mehr bestehen denn du kannst heute einen ganz ganz großen schritt in deine finanzielle freiheit gehen und das ist etwas sehr sehr wichtiges wir haben auch die konstellation dass du spirituell wenn du das arbeiten möchtest wenn du dich darin berufen siehst heute einen riesen schritt machen kannst vielleicht findest du dann auch im shop gibt es noch wenige tickets für das coaching im oktober vielleicht ist das genau dieser letzte impuls den du brauchst und weil es kurz ja vor der weihnachtszeit ist sehr viele menschen sehr viel hilfe brauchen habe ich mich auch entschieden dass coaching so günstig wie möglich anzubieten es braucht seinen energieausgleich und da steckt sehr viel liebe drin und auch sehr viel detail daher 99 euro könnt ihr aber dennoch nichts verkehrt machen das ding hat einen wert von 600 bis 700 euro eigentlich also zuschlagen wenige tickets sind noch erhältlich für dich also heute alles was dich spirituell führt kannst du auch gerne annehmen heute ja dann haben wir die liebe perfektes timing jetzt ist der perfekte zeitpunkt deine inspiration in die tat umzusetzen die türen sind weit offen während du sie in unserer begleitung durchschreitest zögeren nicht und schieben nichts auf da alle ingredienzen reif sind für deinen erfolg alles und jeder auf ist auf deiner seite und unterstützt dein erwünschtes positives resultat und das basiert auf dem richtungswechsel super schön die veränderungen die du erfährst sind göttlich geführt durch deine neugeborene bereitschaft dein herz der liebe und unserer führung zu öffnen du bist jetzt und in zukunft beschützt daher folge deinem weg zu den glücklichen resultaten die du dir wünschst ja da haben wir eine wunderschöne konstellation von perfekten timing und richtungswechsel das heißt heute findest du in der liebe eine ganz großes resonanzfeld das heißt du wirst sehr sehr viel liebe entgegengebracht bekommen du wirst auch sehr viel höflichkeit entgegengebracht bekommen da da vielleicht macht es dir auch ein bisschen angst aber du darfst es annehmen da wird jetzt gesät was du sehr sehr lange auch geerntet hast mit deiner höflichen art mit deiner nächsten liebe auch immer die art anderen helfen zu wollen aber heute ist auch das perfekte timing dafür dass du somit deinen selbstwert zum ersten mal pusht aber auch deine beziehung wieder neu gestalten kannst vielleicht sind da irgendwelche punkte die dir in letzter zeit missfallen haben und die du ändern möchtest als single natürlich auch das allein sein verändern möchtest hier kann heute sehr viel deiner manifestation nachgehen so wie deine gedanken sich formen ja so wirst du dann auch dein liebesschwung erhalten und das ist sehr sehr schön gerade weil heute da die pure liebe mit drin liegt ja da haben wir schon die festigung so schön und die klarheit der sterne ja ja da wir sprechen sich aus das ist doch wundervoll heute ist der tag wo du dich wieder ausziehen darfst aber nicht nur körperlich nur so am rande sondern auch seelisch du darfst endlich wieder von deinen ängsten berichten du kannst heute voller klarheit durch den tag gehen dein gegenüber nimmt dich auf einmal viel viel mehr an die festigung wird heute noch fester vielleicht bekommst du heute ein heiratsantrag wenn du darauf wartest vielleicht möchte man heute mit dir den schritt in die beziehung wagen wenn du auf diesem trip derzeit bist vielleicht aber zeigt dir dein partner dein ehemann oder was auch immer einfach auch wie sehr er dich liebt und welche zukunft er noch mit ihr plant da hat er nämlich sehr sehr lange zurückgehalten er hat da nicht so das wahre gesicht gezeigt er hat nicht so gezeigt welche großen schritte er mit dir gehen möchte heute ist aber wirklich man merkt ja auch hier schon dadurch dass du das jetzt annimmst ist einfach der tag gekommen wo alles gerade so an dich heransprudelt so wie du es dir auch gewünscht hast und das muss man auch erst mal verkraften können daher nehmen die auch die zeit ein bisschen für dich wenn du merkst okay emotional finde ich das sehr schön aber es belastet mich gerade weil das ist zu viel auf einmal dann zieh dich auch ein bisschen zurück das ist total in ordnung heute auch singles heute wenn es zu viel wird viel lob viel anerkennung viel zärtlichkeit dann zieht euch kurz zurück zieht die grenze natürlich nicht zu hoch sondern zieht euch angemessen zurück um euch einfach neu zu sortieren dann haben wir noch die highlights des tages geschäftsvorhaben da haben wir es doch noch mal vertrau und geh voran in bezug auf ein neues geschäftsvorhaben oder eine berufliche berufliche aufstiegschance ja hier kann ich nur an den spirituellen raten die gerne sich dort entfalten möchten kommt in das oktober coaching und veränderte ernährung verbessere deine ernährung und dein leben wird sich auch verbessern das ist wohl ein wink des schicksals dass man das auch mal gesagt bekommt ja wir fressen alles in uns rein jegliche emotionen daher sind wir auch manchmal depressiv manchmal sind wir einfach himmelhoch jauchzt und zu tode betrübt aber heute soll es dir auch oftmals aufzeigen dass du eventuell auch mal ein bisschen eine ernährung in betracht sie ist dass du da vielleicht auf irgendwas verzichtet ist vielleicht machst du einfach mal ein zwei drei tage ohne zucker oder ein zwei drei tage ohne was magst du denn so gerne nutella oder ja honig oder 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 vielleicht auch mal zwei drei tage kein fleisch keine wurst einfach dass man sich ein bisschen mehr bewusst ist welche fülle man an lebensmitteln immer hat und was man seinen körper da eigentlich zuführt ich würde ja sagen ich würde drei vier tage ohne kaffee aber schaffe ich nicht schaffe ich nicht weil ich kaffee liebe ich habe eine ehe mit kaffee so wir haben hier noch den hund liegen der einfach zeigt dass treue geschäftspartner in deinem leben sind und die dir auch sehr sehr helfen auf einem weiteren weg auch unklarheiten zu vermeiden und dass du heute einfach ein riesen schritt in dein neues leben machen ganz in deine zukunft so das war nämlich bisher immer sehr unklar weil du immer ja sehr sehr weit voraus gedacht hast und dann hattest du immer sehr schnell dein ziel verloren das kann heute vergehen denn es ist heute das perfekte timing um geschäftsvorhaben natürlich von höherer warte zu betrachten aber auch zu sehen es hat erfolg denn du bist jetzt total unterstützt und in der göttlichen führung und das soll dir auch ein bisschen aufzeigen mehr zeit für dich zu nehmen zum beispiel auf die ernährung ein wenig zu achten aber dennoch immer straight dabei zu sein jederzeit abrufbar die beziehung geht heute in die zweisamkeit wieder auch sehr erotische hochburg heute hier kann man aber auch erkennen dass es ein langes miteinander wird in der kommunikation solltest du heute auf die führung achten du solltest auch beraterinnen oder berater genau zuhören was sie dir sagen die geben heute sehr sehr viel positives von sich und bringen dir klare treue zukunfts prognosen für dich heute zustande wo einst deine unklarheit lag aber jetzt ist das alte verhaltensmuster aufgelöst und du darfst in deinen erfolg gehen ich freue mich wenn ihr um 10 uhr dabei seid und ansonsten seht ihr heute mittag wieder ein special orakel alles gute euch aber jetzt Untertitelung des ZDF, 2020